So und geht's weiter mit meiner Runde auf live. Wir sind da auf nowflive und legt gerade eine Quest. Nein, glaube ich nicht, oder? Wo war das für eine Quest? Grillbandages haben leider keine. 90. Oh, fuck. Ups, da war doch was. Shit. Das Ding haben wir doch, oder? Doch hier, klar, logisch. Oh man, ey. Wird das richtig gekackt genug teilweise. So, hier nochmal für ein Ding. Die Blasement Tires, genau, das sind glaube ich die Dump Quests oder so. The best shield. Was haben, äh, diese Luia Quest nicht mit Schildern zu tun? Ich hab keine Ahnung. So, wir haben 45,55% für Level Up. Oh, das ist ja knapp. Glaub nicht, oder? Oh, aber 60% ist doch nur easy. Ja klar, logisch. Nice. Ist ja nice. So, ja, ich muss sagen genug gelevelt, können wir wieder nach Hause gehen. Ne, ähm, mal schauen. Ähm, wo ist meine Attack Rate geblieben? Ist ja keine Buffs, okay. Ähm, ansonsten könnten wir eigentlich mal den Rest einlager und den Rest-Rest spenden. Rest-Rest. Ähm, Ringmaster 86, okay, kann bestimmt auch schon über 1000 Quests abgeben. Ähm, hier die Quests bauen wir nach. Und dann, wups, mal kurz nachschauen. So, live Darken Quests. Darken City Quests. Ähm, mhm, 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 mhm. Okay. Boah, was haben wir jetzt wieder weg? Die Ding, glaub ich, mal rausnehmen. Ne, aber Ringmaster 86 und kurz Ringmaster nach der Akku holen. Mal schauen, ich denke mal, ich könnte auch schon wieder bestimmt 1 zurück Quests abgeben. Und ansonsten, genau, können wir das hier raushauen. 120. Alter. 25 dann mal rein. Wollen wir mal schnell auf den Ringmaster schauen. New Quests. Genauso eigentlich doch. Tankersk. Tankersk. Ach, scheiße. Ich brauche mir, glaube ich, dann noch mehr Quests, oder? Will ihm help? Yes. Und die, äh ne, 81er Quests haben wir auch noch viel. Mein Gott, ey. Es ist ein Wunder, dass sie hier so hart unterlevelt. So. Einmal. Dann mal rühren mit dem guten Zeug. Und mal schauen, ob das alles dabei rausbloppt. Shit, wir können sogar kein einziges Quests abgeben. Wir brauchen alle mehr Quests. Mist, Alter. Wir brauchen... Wir brauchen... Wie viel brauchen wir? 5 Quests mehr? 5 oder 10 Quests mehr? Bei dem aktuell... 45 für den anderen Dinger mehr. Und die Quest braucht 55. Laul, warum braucht ihr 55 davon? Ah. Okay. Wir können natürlich jetzt mal die Dinger zusammen... Farmen. Ähm. Vielleicht schon in der Premium-Welt. Und hoffentlich ohne DCs. Der Grinchett geht schwer ab, Laul. Ach so, ne, warte mal. Ich wollte die Reste legen. Was ist das Spenden? Ja. Wir müssen noch Sandmorgen. Ich weiß, dass der Weg, glaube ich, sogar weiter. Aber... Ein bisschen Tapetenwechsel hier können die Schaden. Wobei, ich bin gar nicht sicher. Na, ich denke, Sandmorgen ist wahrscheinlich alles gleich lang. 67 ist der iPad. Kostet 500 Millionen. Okay. So, 79,82. Wow. Ich dachte mir gerade, naja, vielleicht so auf die 10% oder so. Und dann, nope. Einfach nur, nope. So, dann mal ab in der Premium-Map. Einmal. Einmal. Und zweimal. So. Okay, wo müssen wir hin? Wir brauchen... Was für Quäste brauchen wir überhaupt? Wir brauchen die 86er Quäste. Ich glaube, da müssen wir irgendwie hier hin. Oder wie war denn das? Ich glaube, irgendwie da ist es in die Richtung, ja. Ne, wir müssen sogar noch weiter hinter. Also, wo waren die hier hinten irgendwo? Ups. Ich glaube, da wo aktuell sind meine Maus. Ich weiß gar nicht. Nimmt das Aufnahmeprogramm und das auflämt auch. Bin mir nicht mal noch besonders sicher. Ich hoffe mal. Ich glaube, dieses Steuerkreuz ist das... Das ist das Ding mit der höchsten Auflösung in diesem Game. Oder zumindest mit der Größe. Von der Größe her. Ich nehme mal die Videos in YouTube. Jep. Bounty Name sagt mir auch irgendwas. Ähm. Boah, Bounty. Bounty. Oh Gott. Ich habe eine Bounty. Bounty, Bounty, Bounty. Der Name sagt mir irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, wer genau das war. So. Ich würde sagen, wir machen einfach immer so ein bisschen... Keine Ahnung. Ähm. Mal zwischendrin auch ein bisschen was anderes zu machen. Ja. Einfach Questies Farmen oder so. Okay. Ich habe jetzt gerade wieder keine... Oh Gott. Ich habe keine Skills. Das ist okay. Ähm. Naja. My friends say it looks so good. Ne? Ah. Keine Ahnung, was gemeint. Okay. Ähm. By the way. Padfilter. Okay. Soll nicht passen. Aber was dem. Wir schalten vielleicht mal zu den Captain. Also gehen die höher, dass die Mobs sind. Oder je näher, dass die in unserem Level dran sind, desto mehr droppen die normalerweise. Ja. Das heißt. Wir müssen mal schauen. Ähm. Die 85er sind schon mal ganz gut. Irgendwo die 86er müssen auch da hinten stehen. Hier 86er. Wir sind bloß 6 Level unter uns. Von dem her. Ähm. Ja. Ich denke, wir sollten auf alle Fälle gestoppen. Ich meine, wir könnten auch... Warum auch irgendwelchen? Warum? Warum? Ich meine eigentlich wäre das sinnvollste, oder? Ah. Die Party ist Müll. Die Party gibt es generell gerade nicht irgendwie. Ja. Jetzt sagen wir. Wir machen noch ein bisschen in den Brauys. Oh Leute. Okay. Das ist cool. Das einzige Positive aktuell ist. Ähm. Wir brauchen uns keine Sorgen machen. Sonst die Mobs hier umhauen. Ach. Bei der Woi Ding war aus. Wir brauchen uns hier abgut. Deswegen. LOL. Mit einem anderen Setup. Wie viel Attack? 2. 2,9k Attack. Alles klar. Und Damage? Wie viel hat Damage haben wir schon? Wir haben aktuell sogar Feuer drauf. Feuer plus 3. Und wir hauen. Okay. Nicht so viel Damage. Ups. Aber gut. Man muss das so sagen. Wir haben nicht mal Link oder so drin. Sondern vorher 14k Damage ohne Link und allem. Das ist wiederum ziemlich krass. Das ist richtig krass. Also ohne Link und ohne Upcut und so. Äh. Wie viel gemacht? 14k Damage oder so. Das ist ordentlich eigentlich. Das ist ganz cool. So. Wenn wir diesen Wassermopschen suchen natürlich jetzt kein Damage. Das ist klar. So. Und jetzt mal rein mit dem guten Zeug. Ähm. Mal alles aktivieren. So. Wie viele Quests schaffen pro AVE? Ich sage jetzt mal 3. Kann auch mal irgendwas schätzen. Irgendwo zwei schätzen. So. Eins haben wir schon mal. Drei haben wir. Vier haben wir. Vier haben wir. Sieben viert das. Fertig. 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 Okay. Gut. Ich war gar nicht mal so falsch. Eigentlich. Man geht eigentlich relativ schnell. Wir brauchen nur schnell die paar Dinge da. Von dem her. Eigentlich gar kein Problem. Also. Eigentlich. Ja. Betrugung auf eigentlich. Verpflichtet irgendwas zu machen. Um so irgendwas in real life mal irgendwie mal so Abschnitt vom Ganzen zu nehmen. Ähm. Neue Ziel ist so. Heute ist Sonntag. Äh. Gut ja. Äh. Ich bin schon wieder da der Ring. Na gut. Ähm. Naja. So ganze Wochen so. Wo ich keine Zeit hatte. Immer schon das Wetter. Sonnenschein. Oder zumindest war bewölkt. So. Jetzt Sonntag. Ich hätte mal Zeit. Also Zeit. Anführungsstrichen. Zumindest mal keinen Termin. Ähm. Schau raus. Oder steh auf. Schau raus. Regen. Nice. Und bei Temperaturen. Äh. Wo ich an's rausgehe. Nicht mal denken. Nein. Nicht. Laufen. Jetzt ist echt. Vorfeffekt pur hier. Auf einmal kann ich hier wieder ganz normal AOE hin und löffeln. Ich wollte sich dann immer nicht verschreien. Aber. Naja. So. Fünf Questies haben wir auch immer. Jetzt kommen die Obdamente hier. Jetzt gibt's ja gar nicht. Wie kein einziges Questie? What? Wir brauchen einfach mehr Mobs oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir brauchen noch fünf Questies. Also insgesamt fünfzehn. Also. Von diesen hier noch fünf. Und von anderen halt nochmal. Äh. Zehn. Kann noch nicht so schwer sind. Die paar Questies zusammen zu kriegen. Mann. Ich meine gut. Zumindest die XP kriegen wir aktuell keine mehr. Die Party Level 2 noch. Das ist ganz praktisch. Ich glaube wir hätten uns sogar einfach eine eigene Party machen können. Und die wäre wahrscheinlich sogar noch relativ gut hochgekommen. Oder? Aber ich meine gut. Eigentlich ist das erste auf 40 dann sinnvoll. Von 15 Minuten hier eine Party auf 40 zu ziehen. Hm. Das weiß ich nicht so. Ach. Und by the way, wir haben noch dieser. Dieser. Wren. 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 Oh Gott. Keine Ahnung wie das ausspricht. Diese Namen in Flives sind echt schlimm. Wreniken. Wreniken. Wreniken was die hieß? Keine Ahnung. Von diesen. Äh. Iren oder so. Irrens. Keine Ahnung. Die Namen in Flives sind einfach schlimm. Pff. Dieses. Dieses Denglish und dieses. Wollen wir eher sagen Kränglish. Koreanische Englisch da. So. Sieben Stück. Kann gut gehen. Acht Stück. Okay. Kommen wir noch hier. Zwei to go. Die Irrens sind glaube ich irgendwie ein Level drunter oder so. Also wie heißt ein Level drunter? Level 81 oder so. 81 bis 83. Also quasi die Mockgruppe unter den. Ähm. Äh. Watanka. Watanka. Vermutlich. Sprich mir aus. Wie gesagt. Ähm. Ähm. Ist immer lustig. Also. Wie sind diese Namen hier und so. Ich weiß nicht wie man generell draufkommt. Und so. Ich hab teilweise immer die Arbeit gemacht. Äh. Mal zu googeln. Ähm. Ob es diesen Namen wirklich gibt oder so. Ob ich einfach nur die nicht kennen und so. Wie zum Beispiel. Ähm. 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 Die Dinger hier. Die Bäume da. Antiquary und so. Und ich dachte mir so. Vielleicht gibt es den Namen wirklich irgendwie. Vielleicht ist es irgendeine Bezeichnung. Die ich nicht kenne oder so. Kein Plan. Äh. Oder vielleicht irgendwie irgendwas umgangssprachliches oder so. Und. Also. Ich mein. Ich hab ein paar Sachen gegoogelt. Und ich hab bisher nichts gefunden. Was es überhaupt gibt. Also. Es sind irgendwie alles so. So. Ja. Namen sind immer so. Unique und. Ähm. Strange. Also. Naja. Wie auch immer. Nein. Weglaufen. Nicht weglaufen. Und so. Diese Mobs immer. Immer weglaufen. Ich hasse es. So. Na komm. Nice. But it's work. Oh. Excalions progressives. Nice. So. Okay. Perfekt. So. Die Party leveled. Nur wir leider nicht. Also. Naja. Und halt eben. Die Party-Skills sind halt zumindest einfach trotzdem aus. So. A creature has appeared in the arena. Killed for rewards. Äh. Ja. Würde ich gerne machen. Wäre ich 120. Aber auch schon überlegt immer irgendwie so eine ultra lange Level Sessions einzulegen. Und dann einfach alles nachzukommentieren. Aber irgendwie ist es einfach auch langweilig. Ähm. Wenn man natürlich dann irgendwie schon im Voraus oder im Monat voraus sowas dann irgendwie alles aufnimmt. Und. Äh. Jegliche Patches und Events und so. Kriegt man einfach überhaupt nicht mehr mit. Das ist einfach irgendwie ein bisschen blöd finde ich. Weil. Ja. Ich meine es kann galten und so. Aber. Hm. So. Momentan zumindest ist es kein Event mehr so. Wenn man jetzt irgendwie wirklich exzessiv farmen könnte. Wo wir könnten natürlich jetzt die Premium Zahlen so ausnutzen. Ähm. Wir könnten vieles machen. Aber. Hm. Naja. So. Hier ist es sinnvoll wie ich jetzt gerade kann man nichts bezeichnen. So. Also es ist nicht sinnvoll hier jetzt äh. 500 Folgen im Vorrat aufzunehmen. Also. So. Ich merke schon. Null Quests getraubt. Oh wow. Wir haben echt ein Problem. Wir haben echt ein Problem. Ein verdamm großes Problem einfach nur. Wir trappen hier fast überhaupt nichts mehr. Skills? Skills. Nice. Ja. Da ist dann natürlich sofort dabei. Hä? Wo ist der Typ? Ja. Da hier läuft. Linker Tag. Nice. So. Nöö. Ob das gerade generell ausreicht um jetzt hier immer was zu drucken und so ist natürlich fraglich. Also jetzt nicht linker aber halt ihr wisst schon was ich meine. Alter der Damage. Ohne 1 on 1 Set. Ohne 1 on 1 Set. Dieser. Alter. 16k Damage. Diese Damage von Ranger hier. Alter. 14k away. Dieser Damage von Ranger hier ist einfach echt sowas von krass. Tash, es CAPCH spice. KOWITチ. Может haben Sie das so. Da ist einfach so für cool, warumắt ich eine coneswehr. Das ist aber ... ата wäre, wenn es bin ja marcert, ist, aber es wäre wichtig. Vielen Dank.